Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemberstein-Lyrik und wie man schon am leicht wackelnden Bild erkennt. Wir befinden uns in einem Kurzreview in der Welt von den Iago. Darum soll es gehen, beziehungsweise um den Tempel des unendlichen Ozeans, der so auf der Packung aussieht, als wenn hier alles nur schwimmen würde und blubbern würde. Tut es natürlich nicht. Und auch dieses Set habe ich jetzt mal ausnahmsweise nicht ins Wasser geworfen. Das muss man sich jetzt mal selber vorstellen. Es ist leider sehr teuer. 1060 Teile sind es für diesen Unterwassertempel aus der neuen Serie, der jetzt im Juni 2021 erschienen ist, für knapp 100 Euro. Ja, Rabatte sind durchaus bei so 80 Euro, ein typischer Preis. Dann wird es schon interessanter, aber ist trotzdem recht, recht teuer. Man kriegt ein bisschen zwar allerdings auch was, wie zum Beispiel sieben Minifiguren. Die werden wir uns gleich auch noch mal genauer angucken, wenn ich die Schachtel wegnehme. Eine ist leider Missing in Action. Und das ist einer der Hauptdarsteller, nämlich Kai. Kai spielt jetzt irgendwo in der Kita meines Sohnes. Mein Sohn hat nämlich Kai mitgenommen und leider bisher noch nicht wieder mitgebracht. Also er ist quasi jetzt an einem besseren Ort, was auch immer das heißen mag. Ja, irgendwo zwischen anderen Spielzeugen. Man kann sich so ein bisschen Toy Story darunter vorstellen. Wir brauchen uns jetzt unter diesem Set nichts mehr vorstellen, weil ich nehme jetzt mal die Schachtel weg. Und da sehen wir den Tempel. Wir sehen die Minifiguren aus Kai. Und wir sehen hier auch, das ist natürlich besonders prägnant, das gute Teil hier. Das ist nämlich die Seeschlange Wojira, Wojira. Wir gucken uns aber erstmal hier so ein bisschen die Teile an, die hier vorne liegen. Da haben wir nämlich Minifiguren. Da fangen wir mal an mit dem Rochen. Den finde ich schon mal sehr schön, weil er so richtig cool gemasert, also so eine Maserung hat, also bedruckt ist. Das ist kein Aufkleber. Das ist einfach mal ein cooler, geschmückter Rochen. So wie man sich ihn in so einer Geschichte, glaube ich, vorstellen kann. Er hat auch immerhin zwei Noppen. Und unten kann man ihn auch irgendwo gegen klicken. Dann gucken wir mal hier. Der Herr hier oder die Dame mit dem Dreizack ist, das ist Prinz Kalmar. Also da ist ein Prinz, ist es wahrscheinlich ein Herr. Jo, so sieht er aus. Der Kalamar ist hier. Kann man keinen Kopf abmachen. Also kann man den Kopf natürlich abmachen, aber dann ist da nichts drunter, weil das ist ein massiver. Das geht schon anders bei Nia. Die ist wohl in der Geschichte, wie mir jemand erklärt wurde, wohl da so irgendwie, ja, nicht freiwillig da drunter. Also das ist NRG Nia. Was auch immer NRG heißt. Also wenn man will, kann man ihr auf jeden Fall diese Maske wegnehmen. Man kann dieses ganze Geschwurbel, was sie da am Rücken hat, wegnehmen. Und sie steht auch nur hier in diesem Wasserzeug. Guck mal, das kann man nämlich abnehmen. Und dann ist das nämlich einfach nur, dann ist es irgendwann nur normal Nia. Wir können sie also hier, wenn wir wollen, retten. Oder können auch jemand anderes da reinstellen. Je nachdem, wie wir es wollen. Der Herr hier, der sich schon mal so ein bisschen hingelegt hat. Das ist, ah, einer, der nicht stehen will. So. Geht doch. Natürlich. Es ist nämlich Prinz Beethoven, wollte ich schon sagen. Nein. Es ist Prinz Ben Tomar. Ja. Der Prinz, der Prinz köpt. Ich weiß nicht, bin Norddeutscher. Was auch immer der da macht. Er kockt auf jeden Fall und kömmt und was auch immer. Und hat auch, wenn man will, noch ein zweites Gesicht. Da sieht man ja, ein böser Prinz, wenn er sein möchte. So, dann haben wir diese beiden. Die haben wir ja auch schon im anderen Set gesehen. Das sind nämlich hier diese Wächter. Die da, genau. Zwei davon haben wir mit unterschiedlicher Bewaffnung. Äh, die Mareigards. Also die Wächter der Mareis. Und schließlich und endlich, gefühlt irgendwie ausgebüxt bei Monkey King und Monkey Kid oder der Sherlock Holmes unter den Minifiguren. Guck mal, da kann man nämlich auch richtig Vergrößerung sehen. Das Vergrößerungsglas funktioniert tatsächlich. Ähm, ja. Irgendwie Spinne trifft auf eben einen dieser Guards. Der hat deswegen auch einen eigenen Namen. Das ist nämlich Glutinus. Der Glutinus. Jo moi. Was? Der Glutinus, Glutinus. Jo. Hat hinten noch eine Leuchte dran. Ähm, ja. Und ansonsten so ein bisschen spinnig. Was soll das unter Wasser? Brauchen wir da nicht eher flossen? Naja, er wird sich was bei gedacht haben. Gut. Dann haben wir noch hier eigentlich Kai. Ich erwähnte ja schon. Und auch Kais, äh, kleines Schiffchen hier. Da sehen wir es. Jo. Jo. Kann hier hinten noch so ein paar Flügel ausbreiten, wenn man möchte. Und hier hinten, wenn man möchte, kann man es ein bisschen drehen. Jo. Genau. Kleines Beiboot, was sich hier noch in dem Set drin befindet. Und, jo. Dann gucken wir mal, was der Rest ist. Das ist nämlich der Tempel. Da haben wir hier einmal so ein Labor. Wir haben ein Gefängnis, das man noch nicht sieht, weil wir da gleich erstmal umdrehen müssen. Wir haben diese Seeschlange, die noch ein bisschen was an Besonderheiten hat. Und so ein Tempel-mäßiges Schreine und solche Sachen. Die Sachen kann man alle auseinander nehmen. Also, wir sehen, dort sind überall Sachen nur zusammengeklickt. Wer will, kann das also einzeln machen. Da geht schon mal golden hinein in die Front. Da können wir ja schon mal so ein bisschen gucken. Auch hier Gold, Gold, Gold. Dreizack, Dreizack, Gold. Dann hat hier der Meister noch seinen Hut vergessen. Und was wir sonst hier so sehen, das sind übrigens Aufkleber. Ansonsten tatsächlich so ein bisschen dieses Pagoden-mäßige. Das kommt wieder gut rüber. Das muss man natürlich, kennt man ja auch aus diesen verschiedenen Sachen. Das können sie eben. Guck mal, da haben wir so ein Schrein vorm Felsen. Und immer mal so ein weißer Haufen da. Was auch immer, ne? Also, hier haben wir dann da, guck mal, da haben wir dann noch so eine Perle da drin. Wenn wir sie umdrehen, sieht es auch wirklich aus wie eine Perle. Guck mal da, Perls. Perlt, genau. So mal, da können wir das aufmachen. Hier haben wir einen Shooter. Aber da fällt er schon mal vorsichtig raus. Moment, den können wir auch mal richtig abschießen. Mit dem guten Teil können wir nämlich so richtig ein bisschen zielen. Da sieht man schon hoch runter. Und dann, wenn wir hier gegenkommen, dann müssen wir das... Zack, jo, hat er abgeschossen. Jo, wunderbar, ne? Das ist die Front. Und dann gucken wir uns gleich nochmal die Rückseite an. Ich will aber erst mal das Augenmerk auf die Sehschlange richten, weil die hat Zähne. Ja, und die trägt sie im Gesicht. Ja, und Mackie Messer? Na gut, das ist eine andere Geschichte. So, also, hier können wir schon mal... Ah, das sieht aber auch... Guck mal, das ist der Vorteil, zumindest wenn man mit der Handykamera filmt. Außer es wackelt, aber man kommt schön ans Gebiss ran. Da hinten so ein bisschen Zunge. Und das Ding sieht aber auch wirklich so ein bisschen gefährlicher aus, finde ich. Achtung, Finger nicht da... Ah! Okay, war ein Scherz. So, es tut nicht weh. Merkst du nicht mal. Aber, ähm, sieht so aus, als könnte man was merken. Jo, das ist immerhin hier augenbedruckt. Da, von der Seite auch. Von da ist es dann wieder ein Aufkleber. Ja, und dann hier so ein bisschen Korallen, die sich hier runterranken. Ein paar Flügelchen. Und es gibt in diesem Set immerhin zwei Amulette, um die gekämpft werden darf. Nämlich einmal, er hat es ja faustig an der Brust. Und da hinten ist nochmal einer. Leicht unterschiedlich. Ein bisschen lila, ein bisschen bläulich. Ich weiß nicht, ob die dann auch unterschiedliche magische Kräfte haben. Man weiß es nicht. So, und eigentlich die coolste Funktion ist, äh, man sieht hier schon, er ist da so ein bisschen festgekettet. Hier mit diesen Elementen. Und wenn wir jetzt mal gucken, da hinten, da kann man was drehen und wenden. Und das ist eigentlich das Coole. Das sind eigentlich nur Haken, die das einfach so ein bisschen beiseite drücken. Aber, wenn ich das mal mache, dann, ja, habe ich den Haken in der Hand. Gut, das müssen wir nochmal machen. So, nächster Versuch. Also, Haken hängen. Man denkt, Magic, hier geht nix. Der ist festgebunden für immer und ewig. Und schon greift man hier hinten ran, drückt und wendet. Und, oh, nein, sowas. Es fällt ab von ihm. Alle Last. Und schon kann man ihn hier, wenn man hier unten auch noch aus den Noppen nimmt. Und schon, und schon, und schon. Ah, hier, genau. Friedem. Friedem, vorsichtig, See, Ungeheuer. Ja, und schon schwimmt er uns davon. So, guck mal, dann können wir nochmal sehen, wie hier der Schwanz so ein bisschen. Guck mal, das ist alles beweglich. Da, wenn wir wollen, hier können wir bewegen. Hier können wir ein bisschen Flatterflatter machen. Ja, haben wir den ganz schon mal von hinten zu sehen. Aber da sieht man nochmal diesen Mechanismus, der ganz einfach ist. Also diese Haken, die drücken einfach die anderen Haken dann da von der Seite weg. Und schon klappt es auch mit der Freiheit. Ja, schön. Schön. Schönes Teil, würde ich mal sagen. Was ich übrigens hier auch noch ganz schön finde, dass sie hier diese, ja, diese Säulen, außer dass ich die hier falsch drauf gemacht habe, Moment, das machen wir nochmal richtig, dass diese Säulen so leicht schief da stehen. Also so, wie man sich es irgendwie so bei Atlantis vorstellen würde. Guck mal, da kann man das nämlich hier auch so ein bisschen bewegen. Also da sind so Scharniere drunter und dadurch sieht es eben so ein bisschen schief aus. So, was haben wir jetzt hier? Also einmal so ein bisschen schreien. Da, guck mal, sogar mit Teppich. Man fragt sich, wie das unter Wasser gehen soll, aber. Und wozu braucht man unter Wasser Gläser? Wahrscheinlich ist dann das vielleicht auch so ein Bereich, wo mal kein Wasser ist. Also ich muss die Serie, glaube ich, nochmal gucken. Da ist auf jeden Fall, ja, also macht das Sinn? Gläser unter Wasser, um sich Wasser oder was trinkt man dann? Na gut, also ein schöner Teppich und so weiter und so fort. So, das Haupthaus hier, das gucken wir uns jetzt auch nochmal von hinten an. Das ist eben auch so ein bisschen labormäßig. Da oben sehen wir zum Beispiel hier so eine Pergamentrolle, so ein bisschen, guck mal, ein Fisch. Guck mal, das ist so, das kenne ich so von früher noch, diese Fische, die sich dann singend auf der Toilette wiederfanden von irgendwelchen Einrichtungen. Ich weiß nicht, die Älteren erinnern sich noch. Da gab es mal so einen singenden Fisch, den man sich hinhängen konnte, der auf Bewegung reagierte. Ja, hat sich irgendwie so ein bisschen überlebt. Letztens habe ich ihn nach vielen Jahren mal wiederentdeckt in einer Gastwirtschaft. Und da fand ich es dann wieder lustig. Ja, so geht es dann mit der Zeit. Jetzt kommt alles wieder. Guck mal, da sehen wir diese Pergamentrolle. Da kann man hier, kann man die Republik ausrufen. Da sieht man auch, dass hier so Megafone quasi dann als kleine Ständer da sind. Joa, und hier unten ist nochmal so ein Schrein. Oder ist das vielleicht das Labor? Joa, man kann das ja spielen, wie man möchte. Hier sehen wir, hier können wir auch, wenn Eindringlinge kommen, was brachen. Nämlich, da sehen wir, da können wir gegendrücken und dann würde hier nach vorne was wegschießen. Machen wir mal. So, Achtung, zack, und schon ist es weggeschossen. Und jetzt kann ich wieder suchen. Ha, da habe ich es. Und hier unten können wir nochmal was drücken. Guck mal hier, da rein und raus. Was macht das sein? Und zwar da, wenn jetzt hier einer steht. Bitte nicht nachmachen, Kinder. Moment. So, Achtung. Jetzt von hinten drücken und schon kneift es im Knie. Ne, doch nicht. Doch, da kommen nämlich diese Speere. Die sind natürlich recht stumpf. Also, dem Herrn ist nichts passiert. Aber man kann also hier so ein bisschen, so ein bisschen Indiana Jones mäßig machen. Joa, hier unten gibt es so ein bisschen, kann man sich verkrauchen. Das Teil hier ist von hinten nicht so wie vorne. Beziehungsweise so wie hinten von vorne, da ist jetzt nichts Spannendes. Außer, wie gesagt, hier können wir das Ding öffnen. Und dann haben wir hier noch das Gefängnis. Da vorne haben wir schon gesehen mit der Waffe. Und da ist der Gefängnisbereich. Das heißt, hier können wir öffnen und einen reinstecken. Und dann ist er gefangen. Genau, da ist leider Kai auch nicht. Schade. Es wäre cool gewesen, wenn ich ihn da jetzt entdeckt hätte. Überall so ein bisschen auch an Wasser an den Seiten, was man da so hat. Guck mal, hier kann man aber auch, wenn man möchte, den Ausbruch dann machen. Wenn man den Schlüssel verliert, dann einfach hier am schwarzen Hebel ziehen. Und schon bricht die Tür auf. Ja, das war's. So ist er, der Unterwasser-Tempel. Kommen wir zum Fazit. Zwei Anleitungsheftchen sind es übrigens, die dabei sind. Und ja, da ist nichts Besonderes drin. Also da brauchen wir jetzt nicht durchblättern. Ja, also für mich ist immer noch der Tempel von Aizu das Coolste, was bei der Ninjago-Welt... Naja, obwohl Ninjago-City, die beiden Großsets sind, ist auch cool. Aber ja, der Tempel hat schon auch mal sowas Besonderes gehabt. Auch mit diesem Schattentheater, da kommt der hier natürlich überhaupt nicht ran. Es ist viel Spielkram und so soll es ja auch sein. Es ist ein Kinderspiel-Set. Gerade hier auch mit der Befreiungsmöglichkeit für unser Seeungeheuer, dass hier tatsächlich so ein bisschen Tempelmäßiges unter Wasser dann präsentiert wird. Das ist schön auch farblich. Dieses Azurblau, finde ich, oder Grün, finde ich, kommt sehr gut rüber, was dieses Ambiente angeht. Die Minifiguren-Auswahl ist ordentlich, kann man also gut gegen böse ganz nett spielen. Der Rochen ist schön. Also, wenn man mal davon absieht, dass das Set sehr teuer ist, glaube ich, bietet es schon für Kinder, und so habe ich es bei meinem eigenen Sohn auch beobachtet, sehr viel Spielspaß und Möglichkeiten, da auch unterschiedliche Dinge damit dann zu machen. Und man kann ja das Ganze auch umgruppieren. Es ist trotzdem natürlich darauf ausgelegt, mehr oder weniger so auszusehen und jetzt nicht daraus noch ein Flugzeug zu machen. Aber das sage ich ja jedes Mal. Ja, also, andererseits ist es eben auch nichts für Erwachsene zum Hinstellen. Also, die Schlange, die könnte man vielleicht sich noch irgendwo mal hinpacken, aber vielleicht was fürs Gästeklo. Nichtsdestotrotz ist es eben rein zum Spielen. Und so ist es auch aneinandergereiht und macht ansonsten eher einen wilden Eindruck, logischerweise dann, wenn man es denn so hinstellen würde. Übrigens auch nett, finde ich, mit dieser Nia, die hier dann noch ihr Unterteil hat, damit man auch dieses, ich glaube, sie ist so besessen oder gefangen oder so. Ja, ich muss die neue Staffel, glaube ich, irgendwann nochmal sehen. Dann kann ich auch mitreden. Also, das haben sie auch schön gelöst. Also, ja, sind schöne Minifiguren. Von denen hat man natürlich nachher dann genug. Und, falls jemand Kai sieht, im Kiel- oder Umkreis, für sachdienliche Hinweise bin ich immer dankbar. Der, ja, wenn er mich sucht, er weiß ja, wo ich zu finden bin. Der alte Gag. Wahrsager gesucht. Sie wissen ja, wo Sie sich melden müssen. Bis bald dann. Und tschüss. Bis bald.